An einem gewöhnlichen Tag stößt ein engagierter und liebevoller Mann, Vater von drei Töchtern, auf eine unerwartete Szene, ein Millionär wirft in einem Akt der Gleichgültigkeit eine geheimnisvolle Schachtel in den Müll. Beim Öffnen des Objekts wird er von einer Welle der Verzweiflung erfasst, die die Grundfesten seines Lebens erschüttert. Was sich in der Schachtel befindet, könnte alles verändern aber zu welchem Preis? Eine Reise voller Enthüllungen, Dilemmater und schwieriger Entscheidungen beginnt, die seine Werte und die Liebe zu seiner Familie auf die Probe stellt. Hallo, meine Freunde! Ich bin Hannah und dies ist Geschichten des Lebens. Ich hoffe, dass Ihnen diese Geschichte gefällt. Daniel beobachtete den wolkenverhangenen Himmel, während er mit seinen drei kleinen Töchtern durch den Park spazierte. Der kalte Herbstwind wirbelte die trockenen Blätter auf dem Boden auf und schuf einen bunten Teppich unter ihren Füßen. Seine rauen, von harter Arbeit schwierigen Hände hielten fest die winzigen Hände seiner beiden jüngeren Töchter, während die Älteste, sieben Jahre alt, ein paar Schritte voraushüpfte. Mit 44 Jahren trug Daniel die Last der Witwenschaft und die Verantwortung, drei Kinder allein zu erziehen. Sein Gesicht, geprägt von Sorgenfalten, bewahrte dennoch einen Schimmer von Freundlichkeit in seinen braunen Augen. Er trug einfache, etwas abgenutzte Kleidung, was die finanziellen Schwierigkeiten widerspiegelte, mit denen er konfrontiert war, aber sein warmes Lächeln machte jede bescheidene Erscheinung wett. Die Mädchen, die nicht ahnten, welche Sorgen ihr Vater hatte, lachten und spielten. Die Älteste, Sophia, hatte das braune Haar ihrer Mutter und Daniels unruhige Neugier. Die fünfjährigen Zwillinge, Lilly und Rose, waren wie zwei Erbsen in einer Schote, mit goldenen Locken und blauen Augen, die an den Himmel an sonnigen Tagen erinnerten. Daniel beobachtete sie mit einer Mischung aus Liebe und Sorge. Seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren balancierte er zwischen zwei Jobs, um die kleine Wohnung, in der sie lebten, zu unterhalten und sicherzustellen, dass seine Töchter alles hatten, was sie brauchten. Die Nächte waren kurz, die Tage lang, aber die Liebe zu seinen Mädchen hielt ihn stark. Während die Kinder zu den Schaukeln rannten, setzte sich Daniel auf eine nahegelegene Bank und gönnte sich einen Moment der Ruhe. Seine Augen scannten den Park, beobachteten andere Familien, ältere Paare, die Hand in Hand spazierten, und junge Leute, die mit ihren Hunden spazieren gingen. Da fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf. Das Video wird bald wieder verfügbar sein. Eine Frau mit schicken dunklen Sonnenbrellen und gut gekleidet näherte sich einem Müllcontainer in der Nähe. Der Schmuck, den sie trug, stand im Kontrast zur einfachen Parkumgebung, aber etwas an ihrem Auftreten ließ erkennen, dass etwas nicht stimmte. Mit schnellen und heimlichen Bewegungen warf sie eine Pappschachtel in den Müllcontainer und ging hastig davon. Neugierig wurde Daniel hellhörig. Irgendetwas an dieser Szene beunruhigte ihn. Er rief seine Töchter und bat sie, in der Nähe der Bank zu bleiben, und ging zum Müllcontainer. Als er sich näherte, machte ein schwaches, fast nicht wahrnehmbares Geräusch sein Herz rasen. Er öffnete den Deckel des Müllcontainers und nahm mit zitternden Händen die Schachtel heraus. Was er darin sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Es war ein Baby, das nur wenige Tage alt zu sein schien, mit blasser Haut, nackt und in eine dünne Decke gewickelt. Das Kind bewegte sich kaum, mit seinen kleinen, geschlossenen Augen. Ohne zu zögern nahm Daniel das Baby in seine Arme und wickelte es in seinen eigenen Mantel. Er schaute sich verzweifelt um und sah die Frau, die die Schachtel zurückgelassen hatte, schnell weggehen. Mit klopfendem Herzen rief er seinen Töchtern zu, wo sie bleiben sollten, und rannte der Frau hinterher. Warte! Bitte, stopp, rief er keuchend. Die Frau drehte sich um, ihre Augen weit aufgerissen vor Angst und Überraschung. Sie war eine imposante Erscheinung, mit zarten Zügen und perfekt arrangiertem blondem Haar. Ihr Name war Emma, obwohl Daniel das noch nicht wusste. Was wollen Sie, fragte sie, ihre Stimme zitterte leicht. Daniel, der immer noch das Baby hielt, antwortete, dieses Baby, warum hast du es ausgesetzt? Es braucht Hilfe. Emma sah sich nervös um, als fürchtete sie, beobachtet zu werden. Ihr Ausdruck wechselte von Angst zu Wut. Das geht dich nichts an, zischte sie. Wenn du jemandem davon erzählst, bringe ich dich und das Baby um. Die Drohung überraschte Daniel. Er machte einen Schritt zurück und schützte instinktiv das Kind in seinen Armen. Emma nutzte den Moment, um sich umzudrehen und zu fliehen, sie verschwand schnell zwischen den Bäumen im Park. Daniel war für ein paar Sekunden wie gelähmt, sein Herz pochte in seiner Brust. Die Realität der Situation traf ihn wie ein Schlag. Er hatte ein verlassenes Baby in den Armen und war von einem Unbekannten bedroht worden. Angst und Verwirrung kämpften gegen sein Pflichtgefühl und Mitgefühl. Schnell kehrte er zu dem Ort zurück, wo seine Töchter warteten und versuchte ruhig zu bleiben. Die Mädchen schauten neugierig auf das kleine Bündel in seinen Armen. Papa, was ist das? fragte Sophia mit weit aufgerissenen Augen vor Neugier. Daniel atmete tief ein. Es ist ein Baby, das unsere Hilfe braucht, Schatz. Lass uns jetzt nach Hause gehen, okay. Der Rückweg zur Wohnung war angespannt. Daniel hielt das Baby mit einem Arm und führte mit dem anderen seine Töchter, während seine Gedanken darum kreisten, was zu tun sei. Als sie zu Hause ankamen, improvisierte er schnell ein Bettchen mit einer Schublade, die mit weichen Decken ausgelegt war. Während die Mädchen fasziniert zuschauten, reinigte und wärmte Daniel das Baby sorgfältig. Es war ein Junge, stellte er fest, wahrscheinlich erst ein paar Tage alt. Das Kind begann leise zu weinen, ein Geräusch, das sowohl eine Erleichterung als auch eine Erinnerung an die Schwere der Situation war. Papa, können wir ihn behalten? fragte Lilly, ihre blauen Augen glänzten voller Hoffnung. Daniel lächelte traurig. Nein, mein Liebling. Dieses Baby hat irgendwo eine Familie, die nach ihm suchen muss. Mit einem kleinen Löffel fütterte Daniel das Baby mit warmer Milch, sein Herz war von einer Mischung aus Sorge und Entschlossenheit zusammengezogen. Emmas Drohung heilte in seinem Kopf wieder, ein hartnäckiges Echo, das ihm keinen Frieden ließ. Er wusste, dass er nicht ignorieren konnte, was passiert war. Das Baby brauchte medizinische Versorgung und, was noch wichtiger ist, Schutz. Nachdem er seine Töchter schlafen gelegt hatte, blieb Daniel wach und beobachtete das kleine Wesen, das neben ihm schlief. Er rang mit sich selbst, kämpfte gegen die Angst an, die ihn lähmte. Die richtige Entscheidung schien offensichtlich, aber die Konsequenzen machten ihm Angst. Was, wenn die Bedrohung real war? Was, wenn er durch sein Handeln seine eigenen Töchter in Gefahr brachte? Die Stunden zogen sich hin und die Stille der Wohnung wurde nur durch das sanfte Murmeln des Babys unterbrochen. Daniel beobachtete das Kind beim Schlafen so zerbrechlich und wehrlos und konnte nicht anders, als sich an die Liebe zu erinnern, die er empfand, als seine eigenen Töchter geboren wurden. Wie konnte jemand ein so kleines und verletzliches Wesen im Stich lassen? Sobald er sich vergewissert hatte, dass das Kind gut eingepackt und sicher war, entschloss er sich zu handeln. Er rief seine Schwester an, um auf seine Töchter aufzupassen, die bereits friedlich schliefen, während er das Baby zur Polizeiwache brachte. Das Polizeigebäude war beeindruckend, mit seinen roten Ziegelwänden und den großen Glastüren, die die Schwere des Moments zu reflektieren schienen. Daniel trat zögernd ein, den Säugling fest in seinen Armen haltend, während seine Töchter hinter ihm eine Linie bildeten. Das Innere war gefüllt mit Polizisten und Zivilisten in Bewegung, die Atmosphäre dicht von der Dringlichkeit der Routine, und jeder von Daniels Schritten schien mit einem Gewicht beladen, das er sich nie hätte vorstellen können zu tragen. Ein Polizist nährte sich und bemerkte den besorgten Ausdruck auf Daniels Gesicht und das Baby in seinen Armen. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? fragte er, sein Ton freundlich, aber professionell. Daniel atmete tief durch und begann, seine Geschichte zu erzählen. Er sprach über den Park, die gut gekleidete Frau, den Karton im Mülleimer. Seine Stimme zitterte, als er das Baby beschrieb, das er fand, fast erfroren und hungrig. Der Polizist hörte aufmerksam zu, machte Notizen und warf gelegentlich besorgte Blicke auf das Kind. Als Daniel sprach, schien die Bewegung in der Polizeiwache langsamer zu werden. Andere Beamte nährten sich und lauschten der außergewöhnlichen Geschichte. Der Polizist wollte gerade weitere Fragen stellen, als sich plötzlich die Tür der Polizeiwache öffnete. Ein Mann trat ein, sein Gesicht eine Maske aus Angst und Verzweiflung. Er sah sich hektisch um, bis seine Augen auf dem Baby in Daniels Armen ruhten. Mein Sohn, rief er aus und rannte auf sie zu. Der Polizist stellte sich schnell zwischen den Mann und Daniel und forderte zur Ruhe auf. Der Neuankömmling, keuchend und mit Tränen in den Augen, stellte sich als Josh, Emmas Ehemann, vor. Bitte, flehte Josh, das ist mein Sohn. Meine Frau, ihr geht es nicht gut. Sie leidet an postpartaler Depression. Ich wusste nicht, ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie so etwas tun würde. Die Enthüllung schlug in den Raum ein wie eine Bombe. Daniel sah Josh an und erkannte in ihm keinen Feind, sondern einen Mann, gezeichnet von Schmerz und Sorge. Der Polizist forderte alle auf, sich zu beruhigen, und schlug vor, dass sie sich in einen privateren Raum zurückziehen sollten, um die Situation zu besprechen. In den darauf folgenden Stunden kam die ganze Geschichte ans Licht. Emma, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, hatte eine schwierige Schwangerschaft und eine komplizierte Geburt erlebt. Was ein freudiger Moment hätte sein sollen, verwandelte sich in einen Albtraum aus Angst und Depression. Wenn sie nicht mit dem Druck und den Erwartungen der Mutterschaft zurechtkam, geriet sie in einen Abwärtsstrudel, der in dem schrecklichen Akt gipfelte, ihr Kind zu verlassen. Josh erklärte, mit Tränen in den Augen, wie er in den letzten 24 Stunden verzweifelt nach Emma und dem Baby gesucht hatte. Er hatte keine Ahnung, dass seine Frau diesen Punkt erreicht hatte, und die Schuldgefühle verzerrten ihn. Daniel hörte schweigend zu, sein Herz schwer von der Komplexität der Situation. Er schaute auf das Baby in seinen Armen, das nun friedlich schlief und nichts von dem Drama um ihn herumahnte. Der Polizeibeamte schlug, nachdem er alle Seiten der Geschichte gehört hatte, einen Maßnahmenplan vor. Emma benötigte sofort professionelle Hilfe, und das Baby sollte von Ärzten untersucht werden. Josh stimmte bereitwillig zu und war dankbar für jede Unterstützung in diesem Krisenmoment. Während die Verfahren besprochen wurden, begann Daniel über seinen eigenen Weg als Vater nachzudenken. Der Verlust seiner Frau, die täglichen Kämpfe, seine Töchter allein großzuziehen, die Momente des Zweifels und der Angst. Er sah Josh an und erkannte sich selbst in ihm einen Vater, der darum kämpft, seine Familie inmitten des Chaos zusammenzuhalten. Mit Freundlichkeit näherte sich Daniel Josh. Ich weiß, dass wir uns nicht kennen, sagte er leise, aber wenn du jemanden zum Reden brauchst, bin ich da. Vater zu sein, ist nicht einfach, besonders wenn wir unerwarteten Herausforderungen gegenüberstehen. Josh schaute Daniel dankbar an, seine Augen füllten sich mit Tränen. Danke, flüsterte er. Du hast meinen Sohn gerettet. Ich kann dir nicht genug danken. Hinter dem, was geschehen war, steckten noch mehr Dinge. In den Monaten nach der Geburt des Babys gerieten Emma und Josh in einen Kreislauf aus Angst und Schuldgefühlen. Emma, einst aufgeschlossen, fühlte sich isoliert und von emotionaler Dunkelheit überwältigt. Josh versuchte, stark zu sein, aber der Druck, den Schein zu wahren, während er mit der Ernüchterung des Elternseins kämpfte, machte ihn erschöpft. Die Kommunikation zwischen ihnen war spärlich geworden und die Stille dominierte. Emma fühlte sich wie eine Fremde in ihrem eigenen zu Hause und konnte ihre Gefühle nicht teilen, während Josh zögerte, sich ihr zu nähern, aus Angst, etwas falsch zu machen. Beide waren in ihren eigenen Schmerzen gefangen, ohne zu erkennen, dass die Lösung darin lag, sich einander zu öffnen und ihre Verwundbarkeiten zu akzeptieren. In den Tagen danach entfaltete sich eine Reihe von Ereignissen. Emma wurde zur psychiatrischen Behandlung aufgenommen, um sich ihren inneren Dämonen mit der Unterstützung engagierter Fachleute zu stellen. Josh teilte seine Zeit zwischen der Pflege des Babys und den Besuchen bei seiner Frau auf, fand Stärke in einem unerwarteten Unterstützungsnetzwerk. Daniel wurde, allen Widrigkeiten zum Trotz, ein wichtiger Teil dieses Netzwerks. Seine regelmäßigen Besuche im Krankenhaus, immer begleitet von seinen Töchtern, brachten einen Lichtstrahl in Emmas dunkle Tage. Die Mädchen, mit ihrer Unschuld und ansteckenden Freude, schafften es, Emma selbst in den herausforderndsten Momenten ein schüchternes Lächeln zu entlocken. Als die Wochen vergingen, vollzog sich eine allmähliche Transformation. Emma begann, mit der richtigen Behandlung und der bedingungslosen Unterstützung von Josh sowie der neuen Freundschaft zu Daniel und seinen Töchtern, aus der Dunkelheit, die sie verzerrt hatte, herauszutreten. Sie stellte sich ihren Ängsten und Unsicherheiten, lernte, Hilfe anzunehmen und ihre eigene innere Stärke zu erkennen. Josh fand seinerseits in Daniel einen Freund und Vertrauten. Die Nächte, in denen die beiden Männer über die Herausforderungen der Vaterschaft sprachen, Geschichten und Ratschläge austauschend, wurden zu einer Stütze der Stärke für beide. Daniel, der Josh half, die turbulenten Gewässer der neuen Elternschaft zu navigieren, fand Heilung für seine eigenen emotionalen Wunden. Josh entschied sich, sein Berufsleben wieder aufzunehmen und schlug vor, dass Daniel, ein talentierter Bauarbeiter, ihm beim Renovieren seines Hauses helfen solle. Daniel zögerte, nahm das Angebot jedoch an, auf der Suche nach einer Arbeit, die ihn wertschätzte. An Joshs Seite arbeitend, gewann er nicht nur eine neue Einkommensquelle, sondern auch die Chance, sein Talent zu zeigen und Anerkennung für seine Arbeitsethik und Hingabe zu erhalten. Mit der Zeit erhielt Daniel weitere Stellenangebote, was seine Finanzen verbesserte und die Sorgen um die Versorgung seiner Töchter linderte. Daniels Töchter wurden zu festen Figuren im Leben des Babys, das sie liebevoll »kleines Wunder« nannten. Sophia, Lilly und Rose übernahmen die Rolle der beschützenden großen Schwestern und erfüllten die Tage des Babys mit Lachen und Liebe. Als die Monate vergingen, wurde die Geschichte von jenem Morgen im Park zu einem Wendepunkt im Leben aller Beteiligten. Emma kehrte nach Abschluss ihrer Behandlung nach Hause zurück und stellte sich der Herausforderung, die Bindung zu ihrem Sohn wieder aufzubauen und ihre Ehe zu reparieren. Jeder kleine Fortschritt wurde gefeiert und jedes Hindernis gemeinsam überwunden. Daniel, der die Verwandlung der Familie beobachtete, die er unabsichtlich gerettet hatte, spürte eine Veränderung in sich selbst. Der Schmerz über den Verlust seiner Frau, obwohl noch vorhanden, verzerrte ihn nicht mehr. Er fand neue Stärke und einen neuen Lebenszweck, nicht nur als Vater seiner Töchter, sondern auch als Freund und Unterstützer für andere, die ihre eigenen Kämpfe führten. An einem sonnigen Nachmittag, fast ein Jahr nach jenem schicksalhaften Tag im Park, versammelten sich die beiden Familien zu einem Picknick. Der Kontrast zu dem bewölkten Tag, an dem alles begann, hätte nicht größer sein können. Emma, nun stärker und selbstbewusster, geht ihren Sohn in den Armen, ihre Augen leuchteten vor mütterlicher Liebe. Josh, an ihrer Seite, strahlte vor Stolz und Dankbarkeit. Daniel betrachtete die Szene mit seinen Töchtern, sein Herz erfüllt von stiller Freude. Sophia, immer die aufmerksame Beobachterin, zupfte an seinem Hemdsärmel. Papa, sagte sie leise, du hast eine sehr gute Sache getan, nicht wahr? Daniel lächelte und umarmte seine Tochter. Wir alle haben das, Liebling, antwortete er. Manchmal ist es der beste Weg, uns selbst zu helfen, jemand anderem zu helfen. Während die Kinder rannten und spielten, dachten die Erwachsenen über die Reise nach, die sie hierher geführt hatte. Emma, mit Tränen in den Augen, drückte Daniel ihre Dankbarkeit aus. Du hast nicht nur meinen Sohn gerettet, sagte sie, du hast uns alle gerettet. Josh nickte zustimmend. Du hast uns die wahre Bedeutung von Mitgefühl und Stärke gezeigt, fügte er hinzu. Daniel, emotional bewegt, blickte auf die versammelte Gruppe seiner Familie, die sich auf eine Weise vergrößert hatte, die er sich nie hätte vorstellen können. Wir sind alle zusammen stärker, sagte er einfach. Als die Sonne unterzugehen begann und den Himmel mit Orangetönen und Rosa bemalte, blieben die beiden Familien vereint, ein lebendiges Zeugnis für die Kraft des Mitgefühls, der Widerstandsfähigkeit und der bedingungslosen Liebe. Das kleine Wunder, jetzt ein lachendes und gesundes Baby, stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, eine ständige Erinnerung daran, wie das Leben auch unter den unwahrscheinlichsten Umständen gedeihen kann. In diesem Moment, unter dem Abendhimmel, verstand jeder, dass wahre Familien nicht nur diejenigen sind, die durch Blut verbunden sind, sondern auch diejenigen, die durch Widrigkeiten, Verständnis und gegenseitige Unterstützung geformt werden. Die Reise, die mit einem Akt der Verzweiflung begann, hatte sich in eine Geschichte von Erlösung, Heilung und erneuter Liebe verwandelt. Und so, als die Schatten länger wurden und die ersten Sterne am Himmel erschienen, schaute Daniel auf seine Töchter, auf Josh und Emma und auf das Baby, das das Leben aller verändert hatte. Er lächelte, wissend, dass sie, egal was die Zukunft bringen würde, es gemeinsam angehen würden, stärker wegen der gelernten Lektionen und der unzerbrechlichen Bindung, die sie geformt hatten. Die letzte Lektion war klar, auch in den dunkelsten Momenten gibt es immer Hoffnung. Und manchmal finden wir in den einfachsten Akten von Freundlichkeit und Mut die Kraft, neu anzufangen, zu heilen und zu wachsen. Ihre Geschichte war ein Zeugnis für die transformative Kraft von Liebe, Mitgefühl und den zweiten Chancen, die jeder verdient. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5, um zu zeigen, wie sehr sie Ihnen gefallen hat. Schauen Sie sich auch das Video an, das jetzt auf Ihrem Bildschirm erscheint. Bis bald!